Ich nutze ansonsten ein normales Auto, keine Schutzbügel, nichts vorhanden. Auf die Arme drauf zu, unser Wesley. Und rumreißen, überschlagen und auf allen vier Rädern wieder gelandet. Wollt ihr das noch einmal sehen? Der einfache Autoüberschlag. Nochmal wird er angeschoben. Das sind natürlich Altwagen, die uns zur Verfügung gestellt werden von Schirotthänden oder Privatherrschaften, die in der Garage ein altes Auto stehen haben. Dafür keinen Nutz mehr finden, bringen Sie ihn zur Monstersrack-Show. Da hat das Auto noch einen großen Auftritt. Tempo, Tempo, Tempo rumreißen. Und klasse. Auf allen vier Rädern wieder gelandet. Wollt ihr das noch einmal sehen? Kommt schon, lasst was hin. Oh, die Serbo-Lenkung ist kaputt. Wagen lässt sich die mal lenken. Klettert heraus. Ein Riesenapplaus für unseren Wesley. Für Sie.